Hallo zusammen, heute aus der Abteilung Hilfreiche Tools beim Fehlwechseln des Schlagzeugs. Wer hat, weiss, Schraube, Schraube, Schraube. Irgendwann tut einem das Handgelenk, der Arm weh. Darum gibt es von Remo einen Schlüssel, der einerseits von Hang gebrauchbar ist, andererseits kann man ihn sehr einfach in eine Bohrmaschine einspannen und das Ganze ist ganz einfach gewechselt, weil innerhalb von Minuten gewechselt werden. Schauen wir uns doch an. Lanzig bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.